Wer kann it again? So, ah, du bist sogar bei mir da? Na, ich hab nix von Aha, du liegst einfach nur am Boden Aber du kannst joinen Nein, ich brauche nicht Oder pushen ihn weiter, ok Bitte, Brig Merci Hä, hab ich vor Augen gekannt So, bei mir blinkt da mal was neu auf Nämlich Blutrausch Ah, aber das haben wir ja letztes Mal eigentlich schon gehört Ich bin da Hello Hello Von Gionos Ja Das habe ich ja bis jetzt ganz übersehen Was ja richtig Wichtig ist Was soll ich übersehen? Der linken Altaste, das gute Emote Grad Du, ich ergib mich grad Bitte Für die sauspielerische Fähigkeiten Kann man schon mal glatt Danke, danke, danke Okay Okay So Ja, unser Schlosszentrum sollte man immer noch aufwerten Aus diversen Gründen Nämlich Leder und Kupferwaren Die uns feilen Ach, Kupfer haben wir jetzt Hätten wir genug Und unser Schloss ist mal wieder voll da will Leder haben wir glaube ich noch nicht Aber Aber Ich glaube Hast du nicht letztes Mal erzählt Du kannst schon in der Werkbank Leder Irgendwas verarbeiten Zu Leder Oder Habe ich das Räumt? Ich meine schon, dass es das irgendwo gegeben hat Ah, einmal beim Gerber Aber Für das Wo wir Das müssen wir Äh Warte mal da Keile die Frostbogen schützen Wir killen Okay, passt Also wir kriegen das Rezept für Leben Ah, das ist ja immerhin schon vorte Ja Ich muss jetzt zuerst nur da Holz holen Weil Ähm Du hast mal kein Holz hingelegt für meinen Speer Ja, das Hat er nicht alles Ja Bitte Er legt jetzt das restliche Holz grad oder wilder In die Alles gut So Das nächste wäre eigentlich ganz viel Tierhaut Ziemlich viel Tierhaut Für die nächste Rüstung Wahrscheinlich So, na blödsinn Blödsinn Ich habe ja schon alles upgraded Du hast auch alles als Knochenschutz, oder? Ja Ich habe Oh alle Ja Okay, perfekt Haben wir nicht Grabstaub und Trauer Lilien nur, damit sogar der Totengräber ring Ich glaube Grabstaub haben wir noch keine Ja Dann müssen wir dann auf einem Friedhof holen Ja, wie geht der Acht Aber ich würde nicht sagen, dass man die Frostbogenschütze killt Dann kriegen wir das Rezept für Nimmst du noch zwei Ratten mit, dann hast du noch was für unterwegs Du hast uns nicht Ja, ich habe noch zwei Was soll er denn Der Speer Ähm Ich tue der alte Speer, aber in dem Fall in unseren Verschlingen, oder? Oder würde ich dann aufgeben? Ja Na Diene 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 Wattenplage ist auch wieder gestartet Und dann Ah, nice Schon da haben wir ein grosses Lager bei uns Oh, aber da hat sich irgendjemand aufgekommt Ja, das waren wahrscheinlich mir Ich weiß nicht, da liegt viel tot Aber was ich gemerkt habe, wenn du das Spiel neu startest, richtet es dir automatisch die Kamera nach Norden, wo sich mit zuerst gar nicht auskennt acht prozent acht und vier prozent ich habe nur 31 wir müssen da in die richtung auf die tippe schnell mc hat man schon mal ein bier denn mal schläft jetzt schläft den frieden für immer halbe lage wird ab jetzt haben wir selber gestanden ein klasse jetzt halbe lage mit augen schließen da ist die vorsprung schützen es wird natürlich genau der blog in der momenten wenn du sonst ist das und alles was wir noch mal hier legen aber erst mal für ihn immer nie merken da oben bist du ja man denkt der stunde rum und dann die beschwert sowieso sommer die bären guten morgen sie hat uns entdeckt es ist unsichtbar oh jetzt kommt sonne vorsicht schade ich bin ja gar nicht denkst wo ist er denn jetzt aber innen auch war 46 ich konnte sie mit ihren eigenen waffen ja was haben wir dazukriegt bei frost frost die zweite projektile habe das beim aufbauen explodiert 100 magischen schaden gegen in der nähe kälte wenn du einen unterkühlten feind triffst friert er für 40 in der nähe kälte zufüge das hast mehrere wahrscheinlich ich nehme es mal mit und teste es mal ein bisserl aus was ist das was ist das au eis ah ja oh god aber ah shit ähm ja in der nähe kässe ist manchmal leder drin gell ja hab da grad noch tierhaut vom komm komm wer mitgenommen komm wer mitgenommen jetzt mal ist da überall sonne was passiert na sowas na sowas also jetzt haben wir hätten wir genug leder ja ich habe jetzt noch sieben stück für das war selber münzen denn ja das ist ungünstig noch nicht gesagt dass wir uns ganz viele zelte anbaut und damit man kleben schatten sie können die befreit einmal dann wolf damit da mit uns gelingen kann und fünf andere macht die andere alle bestand im schatten oder für eine herr halbes dorf abschlafen wir der druck in die große hütte da noch da ist noch ein schild ein schild ja immer wenn es auslöpft jetzt wie lange manche schild ja ja der timing lag zerstöre ein ganzes haus und kurz eine oh gott big mistake das habe ich nicht gewusst also wenn man so rate konsumiert ändert man aus in die blutgruppe jetzt habe ich wieder null wirken die zwei sondige dinge dann ja aber nach warte also schön oder eine stunde das sollte ziel ungeziefer salbe eine salbe die 2,5% deiner maximalen gesundheit alle 1,5 Sekunden für 15 Sekunden wieder herstellt das ist ja Mathematik der Heileffekt ist im Kampf begrenzt bricht bei erlittenem Schaden ab also eher was für danach ja oh mein Inventar ist voll da liegt es kaputt ich nehme mir schon alles mit das ist wie normaler Stein mit ein paar Diamanten dazu ja gotta go fast das funktioniert leider nicht in meinem Kopf habe ich gedacht wir springen mit macht hinter uns Tür zu ja nicht das denn ein böser kommt was wie viel Kupfer hast du übrig da unten sind immer nur 6 glaubt denn 6 ja ok ich glaube es gehört sich ganz genau da sind 6 da sind 4 und wir malen genau 2 ich habe auch nochmal 2 nicht geschmissen ohja 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 bestand übertragen oh bestand übertragen oh bestand übertragen übertragen ich schaue in der Wirt ist echt nicht doof ist praktisch ja hier aber ahja da hat Tierhaut oh da ist voll der Kollege 2000 tier hat ich glaube wir müssen jetzt eigentlich das lederrezept so wie bilding produktion die werkbank kammer die holzbearbeitungswerkbank kammer veredelung schmelzofen hammer blutpresse hammer ungeziefer nächt habe ich gebaut gerberei habe nicht da buch die acht bretter der verschlinge hammer und die mühle hätte die gerberei bauen ja das und hätte haben wir denn noch platz warst du böde also durch den ausgang ist ein seck wahrscheinlich sehen wir an schwefel 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 erd in einem ofen verfeinert 16 zu einem leder ok ja ich verarbeitet mal 1000 1500 ob die tier hat finden wir ziemlich schnell wieder das ganze leder da ist es schnappen von der zenten ja und ich habe geupgradet aber knochenarmbrust gewusst wahrscheinlich zufällig mal kriegt ja getroppt schlänger auch das da was hast nachgesagt schlosszentrum habe ich schon aufgewertet ja cool jetzt haben wir noch mehr platz da kann noch mehr blut für mich privatbruch ich habe blutessenzen oder ich glaube nicht aber sonnenwiderstandsgebräue und bretter was kosten die böden eigentlich es gott eigentlich kosten blutessenzen und steinziegel und wir müssen überall bodenbelag haben unter der wand damit wir ein dach machen können ok beedelung ok da haben wir jetzt alles gebaut bei forschung ein forschungstisch haben wir ein blutalter haben wir und ich soll ja nachher mal so ein vampir-tresor bauen bringt das uns irgendwie dass wir noch einen fortschritt vielleicht haben oder ich glaube nicht wenn man es auslaut glaubt man es aus ich glaube in einem studierzimmer zu entdecken ok Zimmer jetzt müssen wir aber als nächstes glaube ich große mengen normaler stein weil man ich glaube nicht mit holzwänden ein dach erzeuger ach so ja mauern fenster tapeten also wenn man will oh ein gemälde privat von mir Säulen Orgumente mhm Beleuchtung cool cool können wir ein richtiges Schloss bauen malen Mauern ah ich steinziegel und Bretter mal du ja steinziegel steinsammler steins das war in der Mühle da brauchen wir Steine ja welche Steine haben wir da noch warte ich nehme mal nochmal ich lasse noch ein paar übrig und hau da mal 500 dazu beanspruchen vervollständige ein Schlosszimmer indem du Böden verlegst und umgebende Burgmauern baust um ein Dach zu erzeugen den kümmern steinsack bauen oder noch da haben wir kleine was vor da fallen ein paar Böden ja da müssen alle wenn du Steinen sie oder ja ich werde fast zeigen dass wir dass wir woher für den für den fressen da bauen für den Stein also vor der Mühle zum Steine machen für die Festzeiger oder sind also alte Mauer eine Kamoa-Priese für Steine die sind direkt daneben unserer Base aha das ist ja wie RTL2 schöner Wohnen jetzt ist ja zu das ist ja zu ja so vier kupferwaren bretter schleifstein schleift dann haben wir noch in der kiste zufälle kriegt oder über gegner wir müssen auf der karte mal logik glaubt er hat ihre extra schleifen und oder wäre dann vergessen der friedhof ich markiere mal ich baue da gerade noch fertig ab dann kann ich da schon wieder ja ich glaube 1000 stein oder so wahrscheinlich ja und man kriegt ja eh knapp 100 stein oder fast 100 stein und so an einem blotzug ja 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 okay von sapfen weg zu wissen da unsere tür aber gar keine gemacht Oh, da ist ein Steingolem. Aber der hat... Minecraft. Oh ey, ist das schlecht oder gut? Es ist ein toter Kopf davor. Ah, okay. Das heißt, so hoch, dass du sogar gar nicht ziehst. Sag nicht. Steine und Bretter haben wir aus dem Verschlinger gekriegt, mal kein Silbermünzen, mal ganz das nice. Nein, das Kupfererz, womit? Das Schwefelerz da mit dem passiert aber nichts im Schmelzofen. Ja, ich bin in unserer Base. Nein, weil wir das Rezept noch nicht haben. Ah, okay. Wenn wir da drauf kommen, ja. Du könntest noch so eine Blutspur verfolgen. Ja, ich hab gerade noch was im Zeigewerk geschmissen. Nein, nein. Einmal Karate mitnehmen. Welches hättest du denn ge... Ah, das... Achso, aktuelle Verfolgung ist... Erold, der Steinbrecher, der ohnehin noch nicht aufdeckt ist. Obwohl ich gewohnt habe, wir haben dann schon mal umbracht. Haben wir an der Holzfäller haben umbracht. Pufus, der Vorarbeiter. Ja, stimmt. Na, der Steinbrecher haben wir anscheinend noch nicht. Äh, die Toren verfolgen. Ja. Boschbogenschützen haben wir schon. Die hat uns gebraucht. Der Reiseumhang, den habe ich noch nicht gebaut. Dann habe ich noch nicht gebaut. Dann habe ich eine Feldflasche und Leder. Und der Verschlinger hat uns die Chaosbogenschützen letztes Mann schon gebraucht. Ja. Ähm... Dann schau ich mal, was der Umhang noch kostet. Und falls genug kostet, kannst du gleich zwei machen. Ja. Vier Tücher und vier Leder. Schauen wir mal, ob man das hat. Leider nur sechs Tücher. Oh! Der Bruchkrieg mit einfachen Kerzenständern. Und ein Schleifstein. Was? Laufst du in Richtung der Blut um sich? Äh... Das wusste ich gar nicht, wo das ist. Und eigentlich gerade in die Nähe. Ah ja, dann komm zu mir. Ja, dann machen wir das mal der Friedhof. Richtig statt ja was in der Nähe. Ich muss kurz auf die Map schauen. Ah! Dann laufe ich oben. Ja, passt. Nehmen wir den Weg. Oh ja, ich sehe den Steinkohle mal gerade. Kannst du dich mal anpiksen. Ich will schauen, was er sieht. Ich tue da gerade ein kleines... ...verschwinden. ...verschwinden. Oh! Aha, das ist da vor mir. Ah, das Holzfällerlager. Das will ja wenig. Wobei doch. Dann kommen wir einfach schnell drauf vorbei. Laufhermwäsche. Komm mal in Richtung zu dir. Oh! Da ist ein Baum, der einfach aufstarrt. Ah, ist das ein Ent, oder wie? Ja. Ich hatte da einen toten Kopf vom Namen und ich habe mir gedacht. Oh, Mann. Racing. Da ist schon ein großes Lager da. Ja. Ja. Da werden wir eigentlich nur schnell durchlaufen. Oh. Oh, Mann. Oh, ich stehe. Ah, da ist schon. Ja. 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 No. Ja. 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 Ich bin mir näheren sollte ich mir eigentlich noch. Ja, dann hast du da Holzfäller Wenn es mal mehr als 3% geben würde Da 50% oder 49% Ja komm ich Ja, wie nett jetzt so bei dir bin ich Ich bin mit 0% Ja, ich bin mit 0% Das wird nicht gut Dann wollen wir da nicht, dann werde ich erst Der andere fliegt da 5% 5% So, wo kommen wir da rauf? Äh, da rauf Zur Strasse So, ich bin am Eingang Oh, ich bin da Oh, da ist einer 27 Aber schon Äh, nur 4 Level über mir Also Ich bin da Aber da sind ganz viele Ja, der beschwert sich Ja 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 Ich hab auch noch Da wurde Zeit Ja Ich hab noch Ja Ah, gekrabscht Äh, sehr gekannt Das ist Loot Haha, ich wäre wie du gestanden Ja, ich hab's vor Augen gedacht Nein Äh, nicht schon sich wieder nach Oh, der hat einen Totenkopf Oh, der hat einen Totenkopf Ich sehe es, ja Oh, der hat zwei davon einen Totenkopf Au, 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 au Ich hab nur eine halbe Leben Ich bin da nicht zuerstrauen Ey, ich hab's dodged Oh ja, der zieht ordentlich Leben ab Dreck Oh, Dreck Dreck Nein, ich bin tot Das ist nicht gut Kann ich die da wiederbeleben, irgendwie? Huh Hä? Hä? Oh Ich bin noch tot Aber hey Das hat dich doch schon wiederbelebt, oder? Na Ich hab's einmal aber vollgemacht Ja Na, für dich Für dich gerade nicht Ja Ist ja wild Hast du uns wieder in die Scheiße manövriert Wow Danke Und du kein Damage machst Ja Lass dich von einem NPC killen Ich war da hinten in Sicherheit Aha Zu dem Moment, wo ich mich gerufen Hilfe, Hilfe Ich bin am sterben Was weiß ich noch bin? Alles gleich noch mal zu Ich warst schon wieder tot Achso Aber ich hab Kupferärzt gefunden auf dem Weg Was weiß ich bin, schneller wie du Tschüss Oder wirst du das Lager zum zehnten machen? Na Na, da sind ein paar Ach Alphawolf wieder Oi Oi Chaos Was? Die Kuten da hinten Ah wow Will ich eh nicht töten Komm Aber wir haben ja nichts anderes übrig, Lars Was? Sch 2 Das war's für heute. 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 Okay. Wir haben nichts mehr gekriegt. Na so, ja, wir haben nichts mehr. Ach so. Das war's für heute. Das können wir nicht schauen. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin der nächste. Das war's für heute. Ich bin da jetzt halt zu voll. Und mein ganzer Zug ist hier. Oder fährst du mal? Wie war's denn ganzer Zug? Mein... Ja, okay. Ja, wieso? Siehst du, dass das hier ist? Ah, haltbarkeit. Oh, ja. Uns in der Mitte. In der Mitte gesagt. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ich verliere Leben, weil ich kein Blut mehr hab. Ich hab' noch Ratten. Wir werden gerne mal noch... Okay. Schauen wir mal was die Karte sieht. Der hat fast gestorben, weil ich blutlos war. Ich habe eine gute Idee, wo wir angegangen. Ich heal mich mal kurz ganz voll. Du hättest sonst, glaube ich, jeder erster von mir. Ach so, ich habe auch Ratten gekriegt. Ja, mein Inventory ist ziemlich fast voll. Was ist denn da entdeckt? Da oben ist ein Banditenfest. Ja, sonst. Schauen wir mal, was wir dort tun können. Ob wir dort sterben können. Da hinten ist der Kopf. Okay, hoffentlich hol den schnell. Ja, der ist der. Der vorne hat meinen Totenkopf. Oh, okay. Der zieht mich her, wenn er mich in den Speer trifft. Gar nicht cool. Oh. Haha. Wie, der hat dann Totenkopf? Der da. Der hat halt drei, der hat verdreißen. Au. Ich habe die falsche Waffe in der Hand können, ja. Ja, sag mal, ey. Oh, 20. Dann nehmen wir mal. Glas. Was man immer mit Glas machen kann. Oh, Sprengstoff benötigt. Schade. Mach keiner trotzdem. Mach ihre Fahnen kaputt. Haha. Haben wir rechts von uns eine Banditenbasis. Kriegen wir Schleifstein hin. Na, hoffentlich. Ja. Frage ist, wie viel brauchen wir? Ich habe zwei Schleifsteine. Ja, ich glaube, brauchen wir ihn wie immer. Oh, mit nichts Ambusht. Ich glaube, das ist nichts für uns eigentlich. Au. Ups. Der hat nur so ausgeschaut, als habe ich gemischt. Ich mache seinen Haus sogar. Ich suche ihn schnell aus. Nicht, dass man drauf kann. Da oben da haben wir stark. Ich glaube, ich bin ein Großer. Und die Sonne gerade auf. Wo ist da oben? Ah, da oben ist noch der. Kupfer. Äh, Angriffsstufe zu niedrig. Das ist kein Kupfer. Das ist noch was anderes in dem Fall. Gold? Ja. Ja, das lag gerade da. Okay. Hielst du die nicht? Ja, ich habe es mir gedacht. Oh, jetzt schau mal auf den Mond. Oh, das ist schon zu niedrig. Auf den Kalender ist das irgendwas rotes denn. Ja, noch mehr Sonne. Nachtsonne. Da ist noch was, wo man nicht holen kann. Achso, nein. Ich habe natürlich nichts mehr. Das guck mal. Das hintere. Das hintere kann man nicht holen. Vorderischer. Ja. Ich habe ihn einfach nur nicht. Dass er manchmal die Waffe wegsteckt, wenn du auf eins drückst. Ja. Warte mal. Nice, Schleifstein. Wir sind Zauber gefangen, oder? Ja. Mhm. Oh, ey, Kühne, da kommen wieder ganz viele. Ja, du musst da alle mitbauen, die siehst du. alle bogenschützer sind auf mich gegangen wir müssen nicht aufhören diese hautrauf taktik ja netzes macht ja wir haben vor allem ist darunter jetzt untertags vorsichtig ja falls es geht werden sich mal eben beruhig die laufen dann um und wir probieren muss schon ganz neu ans zelt stehen weil ich habe wie in der sonne glaube ich glaube aber so du musst den verbündeten wird wiederbelebt du musst aufhören darauf hocken jetzt gleich weg achten die kommen also kann die wieder Ich hab grad jetzt auf so einer Suppe gegessen Aber ich hab kein Blut mehr Oh da oben kommt grad auch noch mehr über uns Ja come on Was tun Ich bruch das Blut Und Schleifstein Jetzt komm zurück zur Base Dann haben wir die Basis da Dann können wir mal Ah ups Dann können wir mal Bitterbauer ja Bitterbauer die anderen Sachen ins Ah kann ich sie dass es jetzt vielleicht Blutmond ist oder Vollmond Ah das kann sie Und dadurch ist es rot Und da liegt noch was Klassisch die gefüllte Wasserflasch So wir müssen nach Süden Oh da kommt ein Elch Achso Ich sag ich Der Eis Pfeil hat mich jetzt noch nicht so überzeugt Ja Keine Verstrache Ja Stunt Ist so wirklich Das ist ein Sack Wir müssen aber Wir müssen aber Bucke Nein Jetzt ist Blut Nein Nice Ah da Müsst ihr gleich mal unsere Eingang ziehen Ich hab mich grad verwandelt Ich hab mich grad verwandelt Oh für Giftdomino Ja Vollständig ein Schlosszimmer wäre das dann nicht schlau wenn wir sogar einfach nur uns also Ohreck Ein kleines Zimmer machen Ja Ja Hey Mann Es ist gar nicht so schlecht wenn wir schlossendlich mal ein Dach im Kopf haben Ja ja aber halt für den Fortschritt Weil du weißt jetzt nicht was er noch hat denn kommt oder Achso ja das stimmt Aber es ist eigentlich schon sinnvoll aufgebaut Dass wir irgendeine Tür als Doppeltür machen mit Ja ja verstanden Verstanden ja Als Ausgang oder so Füllt unser Schlosszentrum wieder voll Ja Ah er war Ambruskrieg Zeigewerke schon wieder am Arbeiten So Jetzt hoffentlich nur am Arbeiten Dann baue ich nochmal eine Mühle Oder? Wir hätten so hundert Holen wir zweite Mühle Siehst du? Boah Wer zum sagen muss ich sagen Die lauft gut Aber Ja Wie viel haben wir denn jetzt gemacht? Ja falls wir Falls wir später eine Mühle brauchen Das ist eh nicht so schlecht Ja Und da platzen wir uns die Ressourcen Passt Haben noch Wie du das bei hergestellt hast Zu Fischöl Schleifstein Abstaub Die wertvolle Kiste ist nämlich nur Follow Ich weiß zwar nicht was da wirklich wertvoll ist Aber Danke Ja Ich weiß schon Wahrscheinlich werden sich die Leute in den Kommentaren darüber vertragen Dass man beim Mühlen in der Base sitzt Alle Vorteile werden da nicht gespielt Das sind ja wahnsinnig Man baut ne 10% schneller man läuft Welchen Schlossbodenbelag hast du bisher genommen? Der Diamantmusch oder Quadratisches? Achso das macht einen Unterschied Ich hab Das schaut noch Quadrat-Diamant Diamant Genau Okay Ich glaube unsere Holzsäge müssen weg Ja ich hab's gesehen Ja ich hab's gesehen Haben wir es leider gesehen Wie brich ich die ab? Du kannst ja oben her und dann wieder an die setzen Schau grad wie sie Bewegen kannst du einfach Ah nice Ah aber die kannst du doch nicht auflegen auf dem Boden Ah weil es wahrscheinlich ein Holzsäge ist Sonst setzt der Holzsäge außerhalb vom Ding Ich mach Demontage So So Bitte Dann machen wir gleich zwei Steinsärge Na wo ist denn das? Haben wir noch nicht Kriegen wir erst Ja shit Wenn wir den anderen Ja Ja Das ist nicht so gut Und jetzt Das ist nicht so gut Und jetzt gehst du da rein und machst Wird das ersetzt? Ja das Ja das Wir können Das Ark leider nicht außerhalb unseres Territorium Ja weil unser Ding zu groß ist oder das? Ja wir haben ja keine Grenzen Aber da hat er noch Woll da hat er noch Woll da hat er noch Woll da hat er noch Da ist festgelegt Da ist festgelegt Ja aber für rundherum hat es jetzt mal gereicht Okay Da fahren wir halt noch Woll da hat er 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 noch Das ist immer unser Schluss Witzel Oh da gibt es den DINAS ja Da